moin moin und willkommen zur 298 folge the british forces wir spielen mal wieder usa als 4v4 team zusammen mit immer noch sir fail und jaco also quasi immer noch selbe spiel von runde nicht spiel von eben ja haben noch nrv jinx dazu bekommen ja grizzly ist jetzt leider gegangen weiß gar nicht warum habe ich jetzt gar nicht darauf geachtet ehrlich gesagt muss ich mal eingestehen und ja dann haben wir noch mal ne moment wir müssen erst mal gucken hier nrv jaco und ich spielen usa und zur feylos sagen jetzt einfach mal zu feylos wäre eigentlich viel geiler zu feylos muss ich sagen als zur feyl kommt irgendwie so ich weiß nicht und geiler irgendwie egal muss ich ihm noch mal sagen im nachhinein er spielt auf jeden fall britten und wir haben zweimal okw und zweimal wehrmacht als gegner papa tango und fight like hell als wehrmacht und wozu oder so und okw usa das sind unsere okw näher ja jetzt will ich ganz gerne noch mal schauen wir haben auf unserer seite auf jeden fall usa britte ist hier nein da ist der britte ok alles klar das heißt wir müssen auf jeden fall gucken ein mörser ein zweiter trupp ok wir werden mit mörsern arbeiten würde ich sagen dann gucken wir dass wir hier gleich direkt dabei will ich da überhaupt zu machen eigentlich will ich das gar nicht nö das will ich eigentlich gar nicht ein kleines bisschen abwarten t trinken nur so ein bisschen machen lassen da aufpassen das sind ganz schön viele das sind ein bisschen sehr viele ok was machen wir denn da wenn das so viele sind so geht das aber gar nicht dann müssen wir mal hier mit feuer arbeiten dass wir die mal ein bisschen weg drücken genau so ich würde sagen auf jeden fall mehr darüber würde ich schon so behaupten wie unser punkt ist ja gar nicht so wichtig so was ist los mörser hier ich will das hier ballert baller like hell oder so ähnlich baller bumm baller bumm einen haben wir haha sehr gut so wir können jetzt sogar schon lieutenant gehen oder nee wir gehen sogar einen dreck weiter das ist glaube ich sogar schon fast besser das müssen wir allerdings mal unsere jungs acht geben ja das habe ich mir nämlich schon gedacht nicht darum nicht darum er hat es gesehen immer war müssen wir einmal weg die auch weil sonst haben wir da gleich ein kleines problem da will ich nicht direkt reinlaufen habe ich keinen bock drauf das ist mir zu doof so und sobald wir den haben werden wir dann richtung stuart gehen immer aber trotzdem nicht sicher ob wir eventuell nicht noch einen kleinen moment warten wir werden mal den ranger nehmen dann werden wir nämlich ein bisschen sparsamer sein was hier die normalen truppen angeht und mehr richtung mitte drücken würde ich sagen die seite haben wir quasi verloren erst mal ah guck mal da sind sie doch schon da sind sie doch schon die spinne ah das sollte auch mal abhauen ja die haben uns jetzt ganz blöd erwischt die haben uns jetzt wirklich blöd erwischt mhm 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 was da los ah jaco ist das ne jo jaco kommt ein bisschen das ist okay machen wir dann jetzt auch gleich mal ähm ich glaube wir sollten uns mal eben nochmal eine arty ranholen und dann mal Richtung da rüber die kommen da mal ran das sieht auch ganz okay aus wir müssen aber auf jeden Fall gucken dass wir hier zwischen aufpassen dass da nichts irgendwie uns in den Rücken fällt das Ding sollte auf jeden Fall auf der Seite rauskommen und dann würde ich ganz gerne einen Steward haben und Steward schaut mal da sind sie doch schon na Jungs ran hier auch ran 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 die Mörser sollen nicht schießen hört auf damit wer soll da hin genau du auch so alles klar das nehmen wir gerade ein mhm ich würde ganz gerne hier irgendwas hin haben wir erstmal Treibstoff auf der einen Seite und da nochmal Druck machen ja 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 ich seh schon ich seh schon ich seh schon ich seh schon oh Gott wenn die jetzt getroffen nein die dürfen nicht erwischt werden ich hoffe die werden nicht erwischt komm schon komm schon komm schon komm schon komm schon komm schon Jungs komm schon 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 jetzt dann läuft er uns ganz gut äh ja jetzt müssen sie selber aufpassen okay ich hoffe Jerko macht da ja Jerko macht müssen jetzt trotzdem hier nochmal eben schauen einmal in das Gebäude schnell 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 damit ihr das blöde Ding beschießen könnt na kriegt ihr was raus ne na da könnt ihr nicht schießen scheiße da könnt ihr gar nicht schießen nehmen die ein wieso nehmen die nicht ein ich dachte die sind da ah bewegt euch bewegt euch bewegt euch brauche hier Anti-Inf ganz dringend brauche hier dringend Anti-Inf ja aber deswegen lasst mich in Ruhe ihr Schweine da kann ich jetzt gar nicht viel machen wir müssen unbedingt mal eben da rüber sind die fertig ja die sind fertig sehr gut jetzt könnten wir eigentlich mal gucken dass wir Bewaffnung mit ne Stuart Stuart ist ja soweit da hab ich ja gar nicht drauf geachtet so beschäftigt gewesen damit dass ich darauf gar nicht geachtet habe kann ich den beschießen wahrscheinlich nicht ne wahrscheinlich nicht beschießt den danke wieder raus und wieder rein schießt schade 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 was das blöde Ding da ist das Ding schieß schieß ne wirkt nicht mehr bräuchten was zum nachrüsten bräuchten dringend was zum nachrüsten nachrüsten oh da war eine Bombe okay nicht so schön naja nicht so nicht so hart vereint da nicht so hart vereint da warte mal einen kleinen Moment na hey ja ja die sind da nämlich schon rangegangen deswegen nämlich so kommt mal eben ran hier da 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 hier muss man eben weg genau perfekt so muss das so ran da den Stuart hab ich jetzt ganz vergessen können wir die eigentlich auch aus den Gebäuden rausholen nein schade komm gib ihm mal Rauch da vor die Nase wäre ganz nett komm schon das dauert dann ein bisschen lang jetzt so komm ihr haltet da mal schön rauf okay der ist schon rausgefahren was macht der denn da scheiß Stuart scheiß Stuart wollte eigentlich was ganz anderes tun komm mal eben da ran verzieht euch mal eben komm schon komm schon schade ah jetzt können wir hier ein bisschen aufräumen so können wir mal hier irgendwo nachrüsten ne irgendwie nicht so richtig wir brauchen hier mal ein Halt das brauchen wir müssen auch mal zurück mal da okay der muss auch weg können jetzt eine Nebelwand erzeugen um Feinde zu blenden da gucken wir mal eben das geht nicht werf 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 sehr gut sehr gut das hat so übel gesessen das hat richtig gesessen sehr schön das tut dir weh ne das tut dir weh wa so krankenwagen und dann müssen wir vor allen Dingen mal hier weitermachen und mal nachtanken das wär auch super so wunderbar so das sieht doch mal gut aus das sieht doch gut aus ja wenn der dann gleich da ist jetzt müssen die mal eben nachgetankt werden da 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 na jetzt kommt's schön von der Seite schön geballt können wir mal mit dem Stuart gucken ja wenn wir da hinkommen sofern er da hin kann das wär ganz praktisch stecken wir uns einfach hier hinter so ein Stück zurück kommen wir jetzt nämlich ran und dann machen wir den hier an Waffenverbund bam 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 jetzt gibt's Action jetzt gibt's Action naja ballert ihr nur ihr verliert doch trotzdem so bam 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 bim bim oh ja oh ja ich hab's gesehen danke das war gerade eben rechtzeitig da 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 der fährt mal einfach weg guck mal der hat das schon ey ist das denn da noch gekommen naja okay na gut ich seh's ja ein oh die brauchen noch einen Moment ähm was geht denn hier ab was geht denn hier ab Moment mal wir müssen mal eben uns neu formieren und dann müssten wir auch so langsam eh mal schauen dass wir Panzer aufs Feld bekommen da müssen wir vor allen Dingen mal ganz schnell reagieren naja geh mal rein da wenn du kannst verzieh dich mal genau ah nicht so nicht so blobben wär uncool hui das war knapp den haben wir gerade eben noch gerettet gerettet hat ein bisschen verarscht haben wir ihn schon damit kommt schon vielleicht kriegen wir den sogar noch ah ich glaub er nicht nope er nicht ist auch eigentlich gar nicht so schlimm so hei 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 so wollen wir mal gucken was hier so geht ah Flamer Mg kriegt rauch rauch im Einsatz so jetzt gibt Gas jetzt müsst ihr drücken ihr müsst drücken 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 wie auf dem Klo da macht man das auch so ah genau schön die Fahrzeuge abgrabben das wär richtig supi und schon schön ballern hier da ist das blöde Teil oh da muss man eben weg dann kriegen wir den das wär halt richtig super ah irgendwie nicht irgendwie nicht oh shitness oh dass die überlebt haben lucky one wir müssen uns mal eben oh wir brauchen eigentlich na wir müssen mal weg hier das ist grad ein bisschen uncool ah wir können uns jetzt auf jeden Fall mal ein Panzer ranholen und das werden wir auch in Jackson mh hier muss man Treibstoff hin wir brauchen unbedingt mehr Treibstoff ah ok das ist nicht so gut ach man ist da voll zerquetscht irgendwie jetzt müssen wir mal da drauf reagieren so ein Twizzle ah wir müssen auf jeden Fall gucken was wir die Mitte eher kriegen das ist grad wichtiger wir brauchen auch vor allen Dingen ein bisschen mehr Arty hab ich so das Gefühl ich mein gut wir haben hier Mörser und sowas ja aber so richtig dicke Arty wär ganz gut halt fehlt ja immer noch was krass ey 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 Manpower Mangel hier komm schon komm schon komm schon Panzer jagen die müssen wir uns schnappen die müssen wir uns vor allen Dingen schnappen die müssen wir unbedingt weg ich komme ich komme ich komme die reparieren mit gehen mal eben hier hin damit sie mal gucken wegen MG und so ich wette da ist was gucken wir mal er baut doch schon wieder ah scheiß drecks Minfelder drecks Minfelder na wenn wir da jetzt ein bisschen rangehen dann kriegen wir wieder aufs Maul ah geht 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 au 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 das war jetzt zu weit gegangen hallo du solltest ah fuck jetzt sind die Falschen gelaufen na 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 die müssen wir auch hier hin ich hätte auch nicht das Problem mit gut gut so ne einer ist schon raus ah jetzt sollten sie mal weg der sollte vor allen Dingen weg so wie er da steht lauft, lauft, lauft na 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 immer schön ballern müssen auf jeden Fall hier weiter Druck machen so so langsam sieht das jetzt auch ein bisschen besser aus mit der Knete so long tja ma pasi ja ruhig nochmal ein Stückchen ran ah hier stehen wir an und für sich ganz gut wenn wir uns mal auf dem Dings hier kurz konzentrieren zweiter raus ah das sieht doch gut aus das sieht doch sehr gut aus machen wir einfach mal den hier so was ist unter Beschuss die können sich mal verziehen die sind ein bisschen weit nach vorne die Jungs ich glaube wir werden uns hier eben einmal verziehen weil das hier das gefällt mir gar nicht das gefällt mir überhaupt nicht schnell ran da da kommt dann noch ein Panzer ah den sieht er sogar nice one ok was ist denn da jetzt los äh ok BTF keine Ahnung was das jetzt ist ganz merkwürdig badabum badabum auch leider ein bisschen Verluste eingefahren jetzt vor allem hier das gefällt mir nicht wir sollten uns mal eben hier wegbewegen das Ding steht da noch ganz gut sollte aber mal da oben hin da oben sind die Panzer so können wir jetzt wieder aufbauen I hope so ich muss nämlich da gleich mal weg fuck it ok das war's da haben wir sie kaputt gemacht ok wir haben die Schlacht gewonnen na denn da hatten sie keinen Bock mehr da sind sie nach und nach alle raus ah schauen wir mal was das jetzt war einer von uns ist raus ich schätze mal zwei sind woraus gedroppt ja das ist es wahrscheinlich naja nach Abschluss kriegen wir die Blinderpunkte I hope so beim letzten Mal soll ich sie ja auch irgendwie später bekommen haben nur dass es nicht angezeigt wurde mag sein mag sein habe ich nicht drauf geachtet ich glaube Irria Field war das der mich darauf aufmerksam gemacht hatte ja ich glaube doch der achtet da immer sehr drauf ja ja der hat da noch gedroff ja schade ich hätte eigentlich schon ganz gerne nur noch den Dickenpanzer aufs Feld bekommen aber wie wir sehen haben wir so schon eigentlich ganz gut rausgehauen passt würde ich sagen passt ja wunderbar da würde ich sagen damit sind wir dann jetzt eigentlich auch schon fast am Ende angekommen gucken wir uns das hier trotzdem nochmal ganz kurz an ah dass wir einen Mörser verloren haben das war echt noch doof warum auch immer der da vorne war vor allem der Stuart dass der draufgegangen war er hat ruhig noch ein bisschen länger überleben können aber mein Gott war okay gut dann würde ich sagen damit sind wir am Ende der Folge angekommen ich hoffe ihr habt soweit Spaß gehabt schön dass ihr eingeschaltet habt und bis zum nächsten Mal 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 bis zum nächsten Mal